429 kurzgeschichten so hat johann tunert herausgefunden sind 2022 erschienen trotzdem heißt es immer wieder es gebe nicht genug veröffentlichungsmöglichkeiten für neue autoren anthologien sind naturgemäß die heimstatt für kurzgeschichten verkaufen sich aber auch parallel relativ schlecht in unserer neuen talking ausgabe am 8 januar um 20 uhr auf dem youtube kanal der brennenden buchstaben wollen wir einmal der frage nachgehen ob anthologien wirklich verflucht sind oder ob sie ein notwendiges medium sind um einer breiten leserschaft kurzgeschichten zugänglich zu machen natürlich immer live und umgeschnitten und mit euch und bis dahin bitte bleibt fantastisch